Haben Sie es gehört? Das Privatfernsehen will mehr wie die Öffentlich-Rechtlichen werden. Ralf Möller hat mehr Muskeln als Arnold Schwarzenegger. Und eine Umfrage hat ergeben, die Grünen haben 5 Prozentpunkte mehr als die CDU und CSU. Was ist denn da draußen los? Hier läuft ja alles aus dem Ruder. Wir brauchen irgendwas Verlässliches. Wie zum Beispiel, sind Tomaten eigentlich Obst oder Gemüse? Nein! An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist das alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht. Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus. Und bis dahin machen wir das Beste draus. Seid gegrüßt, ihr holden Erleuchteten der Besonnenheit da draußen. Ihr, die Crème de la Crème de la Crème de la Crème, aber mit Kirsche obendrauf. Es ist wieder noch nicht Schichtzeit. Und das heißt, es gibt voll was auf die Nüsse. Sorry an alle Eichhörnchen da draußen. Ist einfach nur so ein Spruch. Mein Name lautet rückwärts Neizerbes Fapfup. Was den Namen nicht besser macht, aber auch lustig ist. Zuallererst möchte ich bitte Heidrun und Sabine aus Kiel grüßen. Die beiden haben mir nämlich eine E-Mail geschrieben und die war so nett. In diesem Sinne, liebe Grüße zurück. Und da kann ich auch direkt mal anmerken, wenn sie mir schreiben möchten oder uns schreiben möchten, Anregungen haben, Feedback geben möchten, Ideen haben oder aber die Impfreihenfolge zu Hause schon mal festgelegt haben und hier jetzt präsentieren wollen. Wir haben zwar keine Ahnung, aber eine E-Mail-Adresse und zwar diese hier. Die lautet nochnichtschicht.ztf.de Da einfach hinschreiben und alles wird gut. Irgendeiner wird es schon lesen und vielleicht grüße ich dann auch mal. Ist alles inkludiert. Ihre Gebühren, mein Lächeln. Ich habe mal das Netflix, diesen Sound, ja, dieses Logo, das habe ich quasi gespielt. Das ist irgendwie cooler. Finden Sie nicht? Naja, gut. Zurück zu Heidrun und Sabine. Die zwei haben mir geschrieben und zwar haben sie die Kieler Nachrichten gelesen. Das heißt Kieler Nachrichten, weil es ist ja kein Fachblatt für Berufsmörder. Also, die haben die Kieler Nachrichten gelesen und in den Kieler Nachrichten war am Montag ein Werbeblättchen drin. Sie wissen, so ein Prospekt und das Ding habe ich mir ausgedruckt. Müssen Sie sich angucken. Wir müssen das alle sofort kaufen. Und zwar gibt es in Kiel zu kaufen, in so einem Kaufhaus, was schon häufiger eigentlich insolvent war, aber immer noch überlebt hat. Und zwar die Wokpfanne Wuhan. Gibt es wirklich die Wokpfanne Wuhan? Sie sind bescheuert. Ist sogar runtergesetzt auf 59,99. Ich habe auch schon einen Rezeptvorschlag. Du, wie wäre es mit scharf angebratener Fledermaus? Bisschen Kokosnussmilch und das dann mit BioNTech-Pfizer ablöschen. Zum Servieren vielleicht ein Astkaltes. Ein Astkaltes. Eigentlich wollte ich Astra sagen. Warte, nochmal neu. Zum Servieren vielleicht ein fangfrisches, das ist wirklich ein fangfrisches Astra direkt in den Oberarm und fertig ist der Lockdown. Sehen Sie, ich habe von Bier gesprochen, kriege ich sofort Speicherfluss. Habe ich mich versprochen. Wenn das die Werbekampagne ist, mit was für Produkten kommen die nächste Woche um die Ecke? Ich weiß schon. Wahrscheinlich der Badezusatz Lampedusa. Oder wie wäre es denn mit dem Deckenstrahler Tschernobyl? Auch was Schönes. Und wahrscheinlich arbeitet auch VW wieder an einer Sonderedition für den Sommer. Weißt du, so ein Golf Diesel mit dem Namen Prima Klima. Auf Knopfdruck wird die Luft schön. Ähm, ist klar. Und Nestle hat auch wahrscheinlich schon was in seinem Labor. Doch, doch. Die arbeiten dann am Table Water Afrika. Das ist eine Kiste Wasser, die so zugeplombt, dass du nicht an das Wasser kommst. Du hast richtig das Gefühl, du bist in Afrika. An der Quelle. Wichtig ist nur, dass die Flaschen bitte aus nicht recycelfähigem Plastik sind. Weil wir wollen ja nicht die Nahrungskette in unseren Weltmeeren unterbrechen. Das sind wir den Fischen da draußen schuldig. Denn sie wissen doch, ist Plastik im Fisch, dann ist er frisch. Ja, Eselsbrücken. Total wichtig. Eine andere gute Nachricht. Habe ich auch gelesen. Das hat mich richtig gefreut. Und zwar, im Jahr 2020 wurden deutlich mehr Wölfe überfahren als in den Jahren davor. Ja, warum sagt uns das denn keiner? Ja, das ist doch toll. Rollt den Champagner rein. Wir brauchen Prosecco. Oder ein Sekt. Irgendwas, was bitzelt. Das sind die Zahlen. Und zwar waren es 2015 nur 26 Wölfe, die überfahren wurden. So sind im letzten Jahr 99 von diesen wunderbaren Tieren auf unseren Straßen ins Licht gegangen. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Ich weiß, ich weiß. Jetzt sitzt da draußen wahrscheinlich irgendwo so ein pessimistischer Tierschützer, der sagt, was ist das denn für ein Clown? Das ist doch eine total traurige Nachricht. Nee, ist es nicht. Sie haben nur verlernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Denn man muss sich doch mal vorstellen, da wo viel überfahren wird, muss ja auch viel da sein. Versteht ihr? Man konnte ja nur so viele Wölfe überfahren, weil entsprechend vorher die Population an Wölfen gestiegen ist. So und das ist das Positive. Das Positive steckt im Detail. Oder wie ich gerne sage, manchmal auch im Radkasten meines SUVs. Und wenn Sie das begriffen haben, dass das Positive manchmal da ist, wo man es nicht vermutet, dann sehen Sie den Impfgipfel von gestern auch ganz, ganz anders. Gestern war ja wieder Bund-Länder-Konferenz. Sie wissen als eingefleischte noch nicht Schichtseher, die Bulleco. Und was haben Sie entschieden? Ja? Was? Nichts. Nichts vom Belang. Nichts, was unser Leben irgendwie leichter macht. Nein, einfach nichts. Und das ist ein Fortschritt. Denn, wisst ihr, beim letzten Mal, da hatte Frau Angela Merkel doch diese Osterruhe verordnet. Und nach 24 Stunden musste sie die zurücknehmen. Die musste sich entschuldigen. Die hatte einen Fehler gemacht. So, und jetzt haben die aber nichts beschlossen. Also können die auch keinen Fehler gemacht haben. Keine Kehrtwende notwendig. Und das ist ein Fortschritt. Das nichts tun als Fortschritt. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, in dem neuen Zeitalter unserer Demokratie, wo das Nichtstun tatsächlich die neue Handlung ist. Das ist der Zenit des Rumfurzens, schätze ich mal. Da sind wir jetzt endlich angekommen. Und ich muss Ihnen sagen, ich hätte niemals gedacht, dass das Leitbild des Sesselfurzers zum Markenzeichen Deutschlands wird. Ja, das Leer ist das Neue voll. Das Weg ist das Neue da. Es kann nicht wahr sein. Ach, kommen wir zum Buchzitat. Es gibt wieder so ein bisschen Optimismus in die Sendung. Michael Ende, die unendliche Geschichte. Riesenbuch mit tollen Bildern drin. Vorsicht aber, wenn Sie es beim im Bett lesen, wenn Ihnen das Ding auf den Kopf fällt. Aua, sage ich nur. Aua. Und darin gibt es folgendes Zitat. Und Schritt für Schritt, unaufhaltsam und lautlos, drang das Nichts von allen Seiten durch die schwarze hohe Mauer, die die Stadt umgab. Merken, das Nichts ist böse. Das Nichtstun entsprechend auch. Ich heiße Sebastian Puffpuff. Für Sie natürlich Night's the Best Fabfub. Das war noch nicht Schicht. Und morgen komme ich wieder. Zwischendurch gehe ich aber noch ins Bett. Bis dahin. Tschüss. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist das alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht.